Wenn er den jetzt nicht hat, dann geht er rein. Ja! Tor! Guck mal, ich hab Tor, guck mal! Jo Leute, was geht? Willkommen zu Rocket League mit Domi. Hallo! 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 Also nicht schreien, ne? Ist nicht meine Schuld. Ach ja, mit Kreis kannst du Speed machen. Kurz erklärt. Okay, ich hab meine Trophäe schon erhalten, die ersten. Und die wäre? Äh, was war's jetzt? Scheiße, ich hab's gar nicht... Was, wer hat das vorgeschossen? Äh, egal, aber keine Ahnung. Aber bleib am besten im Tor, ich geh schon vor. Also, perfekt. Hast du echt gut gemacht. Ich mach weiter. Versuch du irgendwie zu überleben und irgendwie am Erstaubung klarzukommen. Ich probier erstmal mein Bestes. Und wenn er den jetzt nicht hat, dann geht er rein. Ja! Tor! Guck mal, ich hab Tor gemacht! Oh Gott! Scheiße! Ab ihn! Ja, kein Stress passiert. Den hab ich jetzt nicht. Nein. Nein. Als ob der... Mhhh... Mhhh... Nicht verarschen, Alter. Scheiße! Wenn du X zweimal hintereinander drückst, dann kannst du sogar so ein Salter nach vorne machen, dass du nochmal ein bisschen Speed aufbauen kannst. Mach das am besten immer, bevor du beim Ball bist. Ah! Ja, okay. Ah, okay. Ah, ja, geil. Ich hab eine Vorlage für die gemacht. Aber die machen die nicht rein. Also, ich bleib lieber mal im Tor. Das ist... Oh Gott, den Ball halten kann ich, Gott. Ja, schön, mach weiter. Fuck, ich hab mir Ball nicht berührt. Komm langsam wieder. Kriegst du den? Okay, schade. Ich fahr die mit an. Ey. Ey, weg von unserem Tor, Mann. Ja, kein Stress, ich hab den. Aber... Oh, scheiße. Das sieht halt grad nicht so gut für uns aus. Obwohl, wenn der ihn jetzt nicht hat, der hat ihn. Shit. Shit, 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 shit. Okay, ich hab ihn nochmal ein bisschen geblockiert. Okay, wir machen ihn selber nochmal gefährlich. Deiner Steine Chance, falls du da bist. Oh, ja, schön. Der war gut. Der ist jetzt noch schwer anzunehmen, aber ich probiere mein Bestes. Oh, nein. Okay, ja. Wir fressen noch eins. Danke. Ich hatte schon gedacht, dass er den hat. Aber nein, ich mach immer Tor. Mann, ich hab wieder mussten. Ich glaub, ich bin wieder rein, dass du kein Topfler rein bekommst. Everybody dance now. Bleib am besten im Tor, falls du den Ball irgendwie verteidigen kannst. Weil sonst ein bisschen am Arsch. Okay, genau. Ich und verteidigen, du mir auch, Jungen. Ja, man kann es mal probieren. Aber ich weiß, bei meinen Künstlern brauchst du das gar nicht. Ey, so ein schönes Zung. Ja, ja, klar. Ja, natürlich. Klar war ja auch rein, dass du kein Copyright bekommst. Schau mal, ja. Hier am besten wieder im Tor bleiben. Also immer, wenn ich ein bisschen was da vorne bin, im Tor bleiben. Logischerweise. Ja, okay. Danke, dass ich irgendwas gesagt habe. Leute, ich hab keinen Speed. Ich hab keinen Speed. Ich hab keinen Speed. Shit. Oh, nein. Nein, ey, nein. Wir waren so gut. Ich hab nur keinen Speed, sonst hätte ich den rein gemacht. Ach, Mann, oh. Ich hab wieder ausgekontert. Immer wieder dasselbe. Ach, Mann, oh. Ja, ich fahr wieder zurück. Okay. Oh, Pus. Oh, Pus. Oh, Pus. Was? Ey, komm mal an. Ja, das sollte ich vielleicht nicht mehr machen. Ach, Mann, oh, 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 oh. Wir kriegen, glaube ich, ein bisschen auf die Fresse. Aber zum Glück schwingen wir nicht reinkt. Da ist es nicht so schlimm. Oh, ich hab den Ball nicht berührt. Hast du den? Oh, nice. Kannst du weitermachen? Ja, aber ich bin... Ja, ist okay. Warte, ich hab. Wenn der Ball jetzt gut kommt, aber der hat den. No, der hat den doch nicht. Dein Tor. Dein Tor. Ah, schade. Ich bin vor dem Ball rein. Jetzt schau ich das an. Ja, ja, ja. So geil. Es kommt wieder. Ja, ja, ja. Wieder sofort greißen, speedrücken. Oh, als hab ich es aus dem Ding gedrückt. Und dann halt voll rein. Oh, ja, nice, dass ein Ball berührt. Ist das schon mal ein Anfang? Okay, ja, ist okay. Der Ball kommt mehr oder weniger in die Mitte. Also, falls du irgendwas damit anfangen kannst, dann jetzt oder nie. Ja, nicht schlimm. Ich bin ja da. Ich rette, ich bin da und rette den Tag. Ey, wir haben fast ausgleich. Ja. Bleib mit dem Tor, bleib mit dem Tor. Einfach mit dem Tor, bleib mit dem Tor. Ich mach das schon. Ich rege das schon. Zeug doch. Och, Mann. Oh, richtig schönes Tor. Ich möchte gar nicht überspringen, aber wegen der Musik. Och, Mann, oh. Aber 6-6, ja, läuft doch. Ey, die machen aber gerade nur Scheiße, ne? Aber ich glaube, wir kriegen gleich richtig auf die Fresse. Weil die dann gleich ernst spielen. Ich bin im Tor, die können machen, was sie wollen. Den hab ich. Ja, siehst du mal, ne? Richtig gut dabei. Und, ja, der Ball spielt noch mal auf den Mund. Oh Gott. Ja, sorry. Den jetzt hast du den. Schade. Hier, nochmal ein neuer Versuch, aber der war nicht gut. Ich bin im Tor. Okay, der Ball kommt, okay. Oh, Leute, der macht den gleich selber rein. Hier, Mitte, falls du irgendwas damit machen kannst. Schade. Das ist zu hoch. Schade. Ich hole mir kurz Nito. Ich hoffe, das ist keine dumme Idee. Aber kein Problem. Ich bin da und rette den Tag. Nein. Ja. Jawoll. Oh Gott, ja. Ey, schau dir dieses schöne Ton. Schau es dir einfach an. Schau es an und genieße es nicht gut. Oh, ja. Ey, richtig schön in die Gammel rein. Jawoll. Wie mir die ganze Zeit. Reinregen wegen, wegen diesem Copyright, ey. So geil. Oh, den hast du echt gut getroffen. Sonst wäre er aufs Tor. Kannst du nochmal irgendwie Mitte machen. Einfach nochmal reintreten. Ähm, ja. Ja, das andere Mitte. Ja, aber egal, den habe ich. Okay. Bist du tot? Ja. Ach nee, du hast ihn zerstört. Aha. Aber ich war auch zerstört. Achso, ja, dann. Ich weiß nicht. Ah, schade. Ich bleib im Tor. Ich fliege wie zu. Boah, ich muss mich an der Nasche kratzen. Ja. Nein, 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 nein. Ja. Komm, Gibi nach vorne, Mann. Ich weiß nicht, ob der geht. Ich bin tot. Wenn der jetzt noch reingeht. Ja, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich war einfach zu sterb. Hier ist der Kone von Schuss. Oh Gott, ja. Ich hab's einfach nicht mehr gesehen. Ey, das ist ja geil. Das ist ja geil, ey. Ja, aber die das Spiel verlassen haben. Die Opfer. Ja, aber, ey. Ja, aber, ey. Uuuuuh. 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 Was? Ich hab mal den Punkt her an. Uuuuuh. Uuuuh. Rüber gelupft. Aber ich hab kein Nitro. Jetzt halt. Nein, er hat mich gedreht. In deine Chance. Nice. Ah, verdammt. Ach. Ich muss mich noch besser. Ich bin ein bisschen. Ah, das bist du irgendwie, sagst du. Oh oh. Hast du den? Ah, schade. Ich habe ihn. Jetzt noch kontern. Ah, ich bin überhaupt nicht berührt, shit. Ist ja richtig. Och, Mann. Mal kurz Danke in den Chat schreiben. Oh, ja. Oh. Aber der geht nicht. Aber der könnte gehen. Nein. Oh, ich dachte, der erste hat dann nicht reingesprungen. Ein Rad hat Knacks. Ja, moin. Ach, Mann, aber. Ja, egal. Das drehen wir noch. Genauso wie das letzte Spiel. Das hat er auch super gedreht. Das ist voll letzte Mal. Sorry. Oh, lol. Der war gut. Aber der geht, glaube ich, nicht. Ah, ja. So hoch ist dieser Scheiße zum Nehmen. Ja. Machst du den? Gibst du den? Irgendwie. Schade. Ah, nein. Ich bin noch dran. Letzter, dein Schuss. Ja. Oh, läuft. Ja. Nein. Ach, schade. Aber dein erster Torschuss. Boah, mein Mann. Die nächstes Mal Punkte. Oh, oh. Oh, Gott. Ich bin da. Ja, okay. Verdammt. Wenn dein jetzt hat. Nein. Oh, Gott. Na, den habe ich nicht mehr. Oh, Gott. Verdammt. Ey, es war aber sauknapp. Dann hätte ich fast noch bekommen. Aber das war ein geiler Angriff von uns. Es war einfach bitter, dass sie ihn jetzt getroffen haben. Ja, aber alter, das war so, dass der hätte so reinkommen von mir. Warte, ich gehe. Sorry. Okay, jetzt. Oh, Gott. Und wieder zurück. Und wieder. Ne, der geht jetzt nicht rein, oder? Ey, der geht jetzt. Das ist doch jetzt nicht. Oh, Gott. Ja, genau. Okay, Konter. Konter. Konter, schaust du uns? Ich habe ihn versaut. Scheiße. Bin links. Ah, verdammt. Ah, nein. Schade. Oh, hart. Oh, oh, shit. Jetzt hat er deine Chance. Hast du ihn? Verdammt. Hier, nochmal. Jetzt hat er. Nein! Okay, warte, hier. Jetzt perfekt für dich vorgelegt. Ich mache ihn selber rein. Tut mir leid. Ich verdraue dich nicht. Tut mir leid. Nee, eigentlich nicht. Ist egal. Sieht besser aus, wenn du es... Ja, ja, kein Stress. Sieht besser aus, wenn du es gemacht hast. Also hier. Jetzt Mitte für dich. Ah, für dich. Nein, ich habe ihn noch. Ich habe ihn noch. Okay, hier für dich. Und? Ah, schade. Er ist immer irgendwie Millimeter zu hoch. Okay, ich habe ihn selber versaut. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin. Egal. Gut gespielt. Nein, nein, oder? Ey, nein. Geil. Ich habe ihn noch. Ich habe gemeint, er hat die Zeit abgelaufen. Und es ist fertig. Aber nein. Der Ball will so nach einmal aufkommen. Ach, Mann. Ja, ich habe ihn noch nicht. Ja, ich habe ihn noch nicht. Aber es war ein guter Spiel. Kann man nichts dagegen sagen. Ja, ja. Dieser Folge von Ruggedly. Wenn es euch gefallen hat, schaut bei Domi vorbei. Lasst ein Abo da. Bitte. Immer auf dem Neustach stand zu bleiben. Aktiviert die Glocke. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Haut rein. Tschüss. Euer Reichen ist draus. Bis dann. Ciao. Ciao.